Hi Fans, hier ist Arla wieder. Ich habe ja den Kids vom letzten Mal bei der Pressekonferenz versprochen, dass ich einmal bei denen an der Schule vorbeischauen werde und beim Training zugucken werde. Wir sind jetzt hier an der Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg-Marxloh und ja, ich bin gespannt, was die kleinen Kids so machen und wir werden da mal jetzt vorbeischauen. Servus. Hi. Alles klar? Wie geht's? Alles gut? Ja, war gut. Hi, Arla. Auf geht's. Auf geht's. Und direkt. Ah. Sie sind gar nicht so schlecht. Komm, direkt. Ein Kontakt. Ah, okay. Oh, gut. Der ist ja durchgegangen, ne? Ah, gute Idee. Ich dachte, dass ich hier anfange zu schwitzen. Willst du vorne? Willst du hinten bleiben? Du? Komm, Torbat! Schießt! Also, mir hat es sehr gefreut, dass er uns besucht hier und für uns Zeit nimmt. Er hat sehr gut gespielt. Ich konnte mir auch was abgucken. Dann habe ich auf den Fuß geguckt und habe gesehen, wie er schießt. Ja, bei den Bomben ist es verbessern. Ich mag ihn halt, so wie er ist. Ich wünsche sie viel Erfolg und viel Glück, damit sie auch in Zukunft viel gewinnen. Ein Sieg und sehr viele Tore. Dass die beim letzten Spiel alles wegfegen. Alles wegfegen? Ja. Dankeschön. Gerne. Das war's auch schon wieder. Haben ein bisschen gekickt. Ein paar Torschuss zusammen gemacht. Kleines Turnier. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ein paar talentierte Kicker sind auf jeden Fall auch dabei. Und gerne wieder. Mit deber modelistem. actual,оп Sounds Viper und anf apliciert water.